Ich frage warum ich kann einfach kaum Gold aussammeln, vielleicht leckst du es lang. Ich bin die ganze Zeit gespielt. Jan, Jan komm doch mal in den Mainraum, hier wird gerade getötet. Ich bin unterwegs, ich bin unterwegs. Oh Gott. Wenn ihr gekippt wird, muss ich da hin. Ich kann es auch sammeln. Fick dich! Fuck, 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 fuck! Ich hasse es! Ich kann sehen, dass der Buch nicht rennt. Einfach so ein Pistole, das ist scheiße. Eier, macht's! Nein, die Sache! Halt! Ich kack dich an! Boah geil, geil! Guck dir den letzten, der lebt mal an, Jan. Das war's, verloren. Ich bin auch überkackt! Was ein geiler Typ! Der Holzkin hat mich bei Cam. Ich kann Mörder werden, ich kann Mörder werden. Ey, dann hasse ich dich. Das ist wie in der letzten Aufnahme, wo ich nie Detective geworden bin, Kopf auf Tischplatte. Eier! Kopf auf Tischplatte, Leute! Time out! Oh Gott! Ey! Es sind immer die Sportler, natürlich die Sportler. Deine Oma ist ein Sportler! Er mein Großvater. Die ist Leistungsrentnerin. Scheiße, Mann! Der ist voll auf mich zugelaufen, so üben, auffällig! Wow! Klanger Hacker hier! Was ist denn euer absolutes Hassinsack? Welches Insekt wollt ihr einfach nur sterben geben? Mücken, Mücken, immer noch! Spinnen! Spinnen sind nicht mal Insekten! Spinnen sind wirklich... Das sind Arachniten, das sind keine Insekten! Hä? Kurz nachweis noch in der Runde, der ist doch grad rausgegangen oder nicht? Und irgendwie... Hä? Also irgendwie hab ich Angst, der eine Name wird mir grad rot angezeigt. Also im Tapp der eine. Ich bin jetzt nur bei meinem Computer ins Inhalt angegangen. Ey, ich werde jetzt der Kapitän! Juhu! Oh nein! Er kapitäniert wieder! Er kapitäniert wieder! Meine Mutter ist total! Wunderschön! Einmal als ich die Karne fahren war mit der Klasse. War... Man wollte sich einmal nicht gut sehen. Einmal! Loll! Oh Gott! Oh Gott! Freimatstörungen, Leute! Freimatstörungen! Das Internet bei mir ist so schlecht, ich hör auf. Ich kann gar nichts mehr machen. Ich glaub, mein Computer ist jetzt schnell abgeschnitten. Okay. Ich bin jetzt der Kapitän. Die Leute, die noch... Die Leute, die noch nicht tozen sollen, bitte in den Kapitän kommen. Okay! Tschö! Ciao! Dann eben noch zu... Ich bin der Kapitän! Ich bin zu gut Deutsch! Scheiße! Ich bin der Kapitän! Ich bin der Kapitän! Lalalala! Ich muss das Schiff hier steuern! Lalalala! Lalalala! Halts! Oh, Sturm! 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 Hä? Noch mal jemand... Immer diese Stürme! Der Detective Bo... Wow! Was? Weißt du nur an, wer ist? Der Detective Bo... ... wird gedroppt. Hier, hier wurde ein... Arschgeiger! Aber wie ich ihn schütze, ne? Aber wie ich ihn schütze, ne? Der will nicht random killen, der... Der Slyme! Nein, lass den Slyme leben! Ey, das ist ehrlich! Wir können jetzt wagen, also... Grüni... Grüni, wie kannst du das eigentlich wagen? Ich hab dir nichts getan! Ja! No risk, no fun, Leute! Ey, ganz ehrlich, was halt... Ich wollte nur Kapitän sein! Wir hätten Partner sein können! Ich bringe mir dann um, deine Challenge! Ey! Du hast jetzt eine Challenge! Durchgehend mit Schwert in der Hand rumlaufen! Ja, der stirbt nicht! Ja, der boxt jetzt erst mal! Dann kann man ihn trotzdem töten! Ich kann übrigens mal wieder nicht werfen! Was?! Ich hab' ihn doch getötet! Das ist wie in der letzten Aufnahme! Ah! 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 Ah, das ist alle Internet! Ich hätte ich auch gesagt! Ja, aber nur als Ausrede! Man kann mich hinter der Wand hier nicht sehen! What the fuck! Kämpfer! Tötet ihn! Er ist Mörder! Er kämpft! So, komm mal in den Raum, dann kannst du gucken wie man mich nicht sehen kann! In welchem Raum überhaupt? auf zwei mal in folge deine mutter ist zwei mal in folge ich weiß nicht mal in welchem raum du meinst ich bin grad ich bin grad da wo dann da wurde wir können es nur für die drüben Prüche durch die drüben ich habe in dieser Wand der Kindheit was ein Huren so ein Junge den werde ich abstechen in real life Warum denn? warum nicht ich mag es euch jetzt schon nicht mehr, ich rede jetzt von zum Bogen Ich schwöre, der Typ kämmt am Bogen. Mach's nicht. Ach, ich seh schon, wer es ist. So ein Naschloch. Göni, ist dein scheiß Ernst. Warum? Zwei mal Nala. Du bist so weit, dass du neuerder bist. Du bist so weit, dass du neuerder bist. Du willst nur nicht um den Bogen rumkämpfen. Ich bin tot, du Schlauer. Sag mal, und dir ist schon aufgefallen, dass ich gerade vor dir mein Schwert in der Hand hatte, ne? Ja, oh mein Gott, warum ist dir denn so miteinander der Spaß? Weil ich's darf. Ja, aber... Junge, guck dir doch mal an. Er sieht so aus wie schon häss, Digga. Ja, heisse. Ah, ich blockiere ihn mit meinem Geist. Ich kann halt manchmal das Schwert nicht werfen. Oh, ich konnt's gerade mal kurz werfen, aber es hat mir nichts geholfen. Na, fuck, fuck, fuck. Was wollte ich damit erreichen? Meine Laus hat sich irgendwie gedreht. Oder aus der Kick, aus der Runde. Was? Sag mir, wenn's runter. Ey, warum bist du noch zwei miteinander? Das ist doch Bullshit. Du bist ja noch gar kein einziges Mauer. Was? Ich bin in ihn gesprungen und hab ihn geschlagen. Aha. Also bist du... Das war ne tolle Runde, auch wenn ich gestorben bin. Ich gewinn als Mörder wahrscheinlich eh nach... Was? Die Statue hat mir was Gutes gegeben. Also... Ich hab... Ich krieg jetzt drei Gold für jedes. Durch den Marder? Oder durch... Ja, ich wurde durch den Mörder... Okay. Er ist noch nicht, wer in der Statue war. Oh, scheiße. Ich seh ihn. Alex, 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 Alex. Ach, nee. Ich hab ihn. Uuuh! Ich hab einfach... Ich bin gut. Outplayed! Outplayed! Ah, das Mensch! Ich hab Platzangst, du bist viel zu fett! Halt deine... So richtig... Ja, Platzangst, du bist zu fett! Ey, ich glaub, da war das AFK. Ja! Ich bin der Gold, Digga! Aha. Fett. Ich bin der Gold, Digga! Alles klar! Sonst des Jahres. Ich bin der Gold, Digga, Digga! Was? Zeig, wie schnell! Mein Gold! Mann! Hey! Also, wie ihr habt, dass ihr so'n scheiß langsames! Ich hab' so'n fechhaft! Oh, jetzt rück' mir noch eins! Ich hab' auch noch einen Zutflutgold! Mann, kann doch ein Pferd haben! Warum stehst du eigentlich auf der Stelle? Ja! Ich steh' gar nicht auf der Stelle! Hä? Bei mir stehst du halt die ganze Zeit auf der Stelle! Ja! Lol! Du backst einfach! Du stehst hier einfach auf der Stelle! Ey, bei mir gar nicht! Du stehst einfach auf der Stelle! Ja, ich hab's gerade wieder gesehen! Ja, Junge! Deswegen hast du mich auch einfach getötet! Ich bin da zu dem einen Gold gelaufen! Bei mir standest du einfach 50 Meter... Also, ja, jetzt... Ich hab' den besten... Bei mir standest du halt einfach... Bei mir standest du halt einfach 50 Meter weiter weg! Jetzt hackt der noch! Ich hecke! Ich sammle das Gold ohne irgendwas! Du stehst einfach auf der Stelle! Ja, ich lauf' gerade die ganze Zeit rum! Aber du siehst anscheinend für jeden so aus, als würdest du einfach auf der Stelle stehen! Also, jemand hat schon geschrieben, dass ich Mörder bin! Ja, weil du dein Schwert ja trotzdem in der Hand hast! Ich hab's geschrieben! Nicht nur... Nicht nur, aber... Ja, du hast ja auch dein Schwert in der Hand! Ah, jetzt bewegst du dich grad mit 2 Stundenkilometern! Hey, ich schwöre doch ganz normal! Bei mir sah's grad so aus, als hättest du deinen scheiß Schwert in der Hand und jemand hätte es auf dich geworfen! Du musst dir das in der Aufnahme dann ansehen! Hä, ich lauf' da ganz normal rum! Hä, vor dir steht grad einer Meter und geht weiter! Boah! 3D? Ja, ich hab' immer das ganze Mal auf dich geschossen, als denk ich, dass das... Schade, ich konnte grad kein Report rausschicken! Ja, aber hab's grad aufgegriffen! Warum? Ich hacke dich! Junge, du musst dir das in der Aufnahme ansehen! Oh, aber du verlierst wegen Time-Out! Du verlierst wegen Time-Out, du! Du stehst, wie mir so der Rack aufsieht! Ja! Und auch so dem Wald schießt, wie die anderen sie sich! Ja! Ich schick dir später die Szene! Ja, einer schreibt auch... Einer schreibt grad... Einer schreibt grad, du hast Kill-Aura! Ich will nicht gebannt werden! Einer schreibt, du hast Kill-Aura! Hux! So ne krasse Kill-Aura! Ich kenn' mich mit Hacker aus! Oh! Und der Jan hat geschrieben, du hast Hux! Alle schreiben, sie sollen dich repart... Was? Alle schreiben, du sollst repartet werden! Sehr gut! Ey, wenn ich jetzt live gebannt werde... Komm, noch eine Sekunde! Ha! Ha! Der Hacker hat verloren! Na, es gab drei Runden zu spielen erstmal... Klar! Aber in Skywars dann gegeneinander... Aber auch Gomme, oder? Ja! Ja, auf jeden Fall! Gomme ist ja nur Gommes... Also Skywars Solo einfach... Hm... Ich seh' euch beide... Ähm, der Jan ist Mörder! Der Jan ist Mörder! Ja! Scheiße! Ich konnte man mich entdecken! Komm, ist ja... Ich war doch... Versteck! Du hast dein Schwert einfach aus deinem Scheißversteck geworfen! Ich bin tot! Habe ich... Habe ich geschrieben! Gut! Ja, wow! Ich weiß gar nicht... Ich werde mich alle killen! Hahaha! Der Detective? Das war nicht mal ich! Was? Ich weiß nicht... Ich hab den Bogen! Oh ja! Geil! Mach ihn kaputt! Ich renne grad einfach weg! Ah! Hi! Ah! Ich bin tot! Orgut! Oh ja! Ich hab den Krass angconkelt! Ah! Das ist weit! Und das ist mir, dass der Krass zu essen ist! Ich hab den Krassanschmer in die Krass! Da rennt mir nimm! Ah! 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 Wie viel in der Nähe war, habe ich euch beide halt gesehen. Ich kann mir Kaktusspringer kaufen. Und dann hast du ihm das Pferd geworfen. Leute, er hat ein Pferd geworfen. Aber dann kannst du dich auch nicht beschweren, dass du heute nichts warst. Weil du warst ja gerade. Hat jemand von euch einen Wolf für mich? Man kann sie halt nicht mal abgeben. Ich suche das auch mies. Es war klar, ich hasse deine Familie. Ich habe den Schwarzen abgestochen. Ich bin nicht Blödschein fliegefähig, dass es nicht ist. Ja! Gott, dieser Nudel. Diese Nudel. Gott, schreib doch schnell. Schreib doch einfach schnell in den Chat. Ich glaube, der Jan hat gerade dieselbe Situation wie du vorhin. Jan, du stehst auf der Stelle. Hä, du stehst auf der Stelle. Tom, das ist ein Slime-Pvp-Hack. Ja, das ist ein Slime-Hack. Gott, Junge. Jetzt weiß ich schon, wie ich schön klick, wenn ich den Titel packen kann. Nice hacks. Nice hacks einfach. Oh mein Gott, Slime-Pvp und Gomez-Lehrling hacken in der Aufnahme. LOL. Oh mein Gott. XX. XX. Ja, XXX. XX unterstrich LOL Gomez-Lehrling und Slime-Pvp-Hacken in der Aufnahme unterstrich XXHD. Ja, genau. Genauso nennt ich meinen Zweitkanal. Gott. Nester Name mein Freund. Also ich steh grad die ganze Zeit neben dir. Du bist immer noch beim Pferdestall. Einer schreibt's live in bbps. Ach nee. Ah cool. Bei mir steht dein Pferd jetzt alleine rum. Ach nee. Jetzt soll ich auch gleich nach Schülern scheiße. Du bist trotzdem unsichtbar. Ja. Oh geil. Du bist irgendwo keiner gelesen. Ich bin grad scheiße. Ich weiß nicht warum. Ich hab dir grad gedacht. Weil einer Slime-Pvp in den Chat schreibt. Ich hab irgendwie gedacht, ich bin da so ausgelastet. Keine Ahnung. Du bringst mich hier lauter nix. Du bist einfach nicht hin zu mir hin. Nee. Du bist leid. Du bist leid. Ja. Du kriegst dir keiner zu. Du bist leid. Du bist leid. Du bist leid. Ich bin nicht hin. In ner halben Minute seh ich ihn. Ja. Ja. Scheiße. Ich guck hin zu. Oh Gott. Wir haben verloren. Ach man. Warum ist der auch immer so mit Scheißdruck spielen. Ja Junge. Ja. Ja. Geil. Geil. Vor allem hat er sich einfach hier in ne Sackgasse gestellt. Ernst auch. Der kam da nicht weg. Ich schaff's nicht. Nee. Ist voll ernst man. Du seh ihn nicht auf der Karte. Bist du dumm. Ja. Renn. 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 Nein. Du Nu. Meine Presse. Blöd. Ja. Ich muss den Stabberg nach oben um ihn überhaupt zu sehen. Oh Gott. Das war so nnnnnn. Ja noch schönen Gigi-Schnitzel an. Hahaha. Ok noch eine runter. Pfff. Ah. Ok. Das ist dein erstes Spiel. Jan musst du auch mal sagen. Das erklärt warum du so scheiße bist. Also Jan war der der am besten gespielt hat. Ich hatte einfach nur Movement in dem Moment. Ich bin's grad irgendwie nicht gewohnt dass ich noch lebe. Haha. Ich bin nicht gewohnt, dass ich jetzt noch lebe. Es ist alles so gewöhnlich. Hier steht ein fetter Mensch bei meinem Haus rum. Der hat keine Freunde. Menschen mit Minecraft sind alle gleich dick. Du asenzialer. Lila Kleidung, der stand da grad einfach mit einem Schwert neben einer Leiche afk rum. Musik 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 Musik